Hitradio FFH. Anke ist Tanke. Für mich noch einen Kaffee, Anke. Mit oder mit ohne Milch? Mit ohne. Boah, Stefan, bist du auch schon so aufgeregt wegen Spanien? Mein einziger spanischer Moment bisher ist jetzt gerade. Ach ja? Indem ich meine leere Kaffeetasse anstiere. Kommt ja schon. Du kannst ja glatt als Spanier durchgehen. Weil ich so feurig bin? Nee, die Anrede in Spanien ist Senior. Einmal die Vier und eine Deutschlandschal. Ausverkauft. Aber ich habe noch Fanschals von den Tapaszutzlern. Nein, danke. Nicht bei ihren Preisen. Hä? Es langt mir, wenn die mir spanisch vorkommt. Ich zeige euch gleich meine Mittelfinka. Also, das Wort Espania bedeutet Insel der Kaninchen. Na, hoffentlich zeigen die uns dann heute nicht, wie der Hase läuft. Welcher genau? Der Angsthase? Haha, stimmt. Heute rennen die Spanier zur Abwechslung mal nicht vor Stieren her. Sondern? Sie gehen vor die Hunde. Macht 9.428 Euro, sammeln Sie Zara-Punkte, haben Sie eine San Miguel-Card oder sind Sie im König von Mallorca-Club? Nein. Dann tanke schön. Bitte schön. Läuft bei dir. Anke's Tanke. Täglich in Guten Morgen Hessen. Bei Hitradio FFH.